Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben Handlung Ein charmanter Dieb und eine Gruppe unwahrscheinlicher Abenteurer begeben sich auf eine epische Suche nach einem verlorenen Relikt, aber die Dinge laufen gefährlich schief, als sie mit den falschen Leuten in Konflikt geraten. Endlich, nach Jahren der Verzögerungen, hat ein neuer Dungeons & Dragons Film ein Erscheinungsdatum, einen vollständigen Titel und einen Trailer. Offizielle Ankündigungen zu Dungeons & Dragons Honor Among Thieves haben lange auf sich warten lassen und endlich haben die Fans einige der Informationen, auf die sie gewartet haben. Für Fans des klassischen Tabletop-Rollenspiels und Fantasy-Fans im Allgemeinen war dies ein großartiges Jahr mit vielen Informationen, Spaß und interaktiven Veranstaltungen rund um den Film, der auf der San Diego Comic Con und der CCXP gezeigt wurde. Worum geht es in Dungeons & Dragons Ehre unter Dieben? Dungeons & Dragons Honor Among Thieves folgt einem Team von Dieben, was angesichts des Titels nicht überraschend ist, die der falschen Person geholfen haben, das Falsche zu stehlen und nun ihre Fehler beheben und die Welt retten müssen. Sie mögen Diebe sein, aber das bedeutet nicht, dass sie das ultimative Böse ihre Welt übernehmen lassen. Zum Team gehören Elgin, ein Barde, der auch der Planer der Gruppe ist, Holger, eine Barbarin, Xenk, ein Paladin, Simon, ein Zauberer und Doric, ein Tiefling-Druide. Untertitelung des ZDF für funk, 2017